Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von UNO, mit den gleichen Leuten wie letztes Mal, glaube ich sogar. Nämlich mit Rauschi, Frisselgebüller und einer weiteren KI, die wir gleich sehen werden. Grüße mich. Hallo. Hallöchen. Letztes Mal war der Zecken, glaube ich, noch dabei. Ja. Ach, stimmt. Und heute ist eine kleine Änderung zum letztes Mal. Wir spielen heute mit allen Regeln, die es für das Spiel hier gibt. Und ich würde sagen, wir halten uns nicht lange auf. Ich drück mal auf Start. Start, zwei, eins und go. So. Klassisch, alles ein, Ergebnislimit ein Runde, logischerweise. So, dann geht's auch schon los. Hi, Ringo. Oh Gott. Wer darf anfangen? Oh Mann. Roshi, natürlich. Ha! Der hat mal zwei Karten drauf, sehr gut. Ach, halt doch die Fresse. Ach, sehr gut. KI-Ringo wird uns heute begleiten, übrigens. Das ist schön. So. Da kommt die Fresse an. Ha, ha, ha. Da zwischenliegen ist es an, ha, ha. Oh Mann. Da Fruzzi doch spielen. So. Oh nein. Ich wechsel. Nein, du Arsch. Du Arsch, jetzt weiß ich auch noch, was ich für Karten hab. So. Hat er das schon wieder vergessen. So, bringt erstmal überhaupt nichts. So, erstmal wieder tauschen. Oh nein. Alter, ernsthaft? Das ist ja falsch, ey. Alter, der hat zehn, zehn Karten, ey. Was soll das? Das finde ich nicht gut. Alter, jetzt haut ihr mir mit neun Karten, leck zwei rauf, Alter. Jetzt hab ich zwölf Karten, ey. Leck mich doch am Sack, Alter. So. Oh, oh, oh. Ha. Ja, toll. Es geht wieder los. Bringt dir auch nichts. Dazwischenliegen ist an, Freunde. Was ist los? So, machen wir mal so. Oh, ich darf ziehen. Geil. Oh, 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 schade. Ja, schön. Oh Mann, ey. Ich krieg mir ein paar Karten. So, ich leg auch mal dazwischen. Das ist gut. Immer dazwischenlegen. Ich hab voll die entspanne Musik, Alter. Oh nein. Nein. Komm schon, nehm eine. Ah, ich nehm rauf, ich... Nein. Verdammt. Langweilig. Ernsthaft. Leck mich doch. Danke. Saftarsch, ey. Scheiß-K-I. Saftart. Geh ich erst mal umbringen. Oh nein. Ja. Ja. Jawoll. Was? Was ist das denn? Jawoll, Alter. Die Null hat alles rausgeholt. Sehr gut. Das ist ein Merkwürdig. Weißt du was? Irgendwas verschiebt? Oh, jawoll. Ha, ha. Nichts. Oh, Mann. Schaufreunde. Ach, heiße. Oh, Presse. Oh, Mann. Da günder sich erst mal 4K, Alter. Einmal wechseln, ja, äh, hier, ne? Ja, klar. Weiß Bescheid. Scheiße. Geh doch kacken, Alter, ey. Dafür kriegst du die jetzt. Toll. Mal gucken, ob Rang nur noch so eine hat. Oh, bitte nicht. Mist. Sehr gut. Ich zieh trotzdem. Ja, gut. Es ist übrigens angeschaltet, dass man liegen muss. Ne, nur so. So, Info. So. Rauschi ist ein Wichser an der Stelle, damit das mal klar ist. Und jeder, der meiner Meinung auch ist, der gibt der Folge erst mal einen Daumen hoch. So. Best gelikedes Erfolge EU-West, Alter. So. Alter. Ja, moin. Geh ich erst mal steil, ey. Alter. Ernsthaft. Der leckt mich doch am Sack, Alter, ey. So. Ich muss ein paar Karten rein. So. Wenn ich jetzt noch gewinne, Alter, ich lach so laut, ey. Ja, das will ich hören. Ha, 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 ha. So. Leck. Ringo. Ringo ist sauer. Oh, ne. Alter, ey. Seh ich nicht ein, ey. Seh ich nicht, ey. Boah, wat ein saftiges Gesicht, ey. Ja, gib mir mehr Scheiße. Oh, Mann. So, ich warte noch, bis wieder irgendjemand dazwischen blickt. Ja. Hat man ja nicht mehr eigentlich, ne? Ja, geil. Gib mir mehr. Mal ganz kurz hier warte nachgucken. Ach. Halt doch die Fresse. Mann, Alter. Für Scheißkarten. Was für Scheißkarten. Ach, ernsthaft. Och, ne. Oh, Mann. Ernsthaft, ey. Leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt hab ich wieder so viele Karten, ey. Mann, ey. Oh, oh, oh. Ha, jetzt hab ich weniger. Oh, ein Scheiß. Jetzt zieht er erstmal wieder ein paar. Ja, ein paar mehr. Kann da auch mal was Krönes kommen? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen vielleicht noch. Komm, weiter. Geh weiter. Ja, ja, drei vielleicht. Oh, jetzt geht's. Ja, hier, Rauschi. Geh los. Ach, Mann, ey. Warum kann ich keine... Lohnt sich das? Ja, ein bisschen lohnt sich das vielleicht noch. Wie dann der Endlos-Runde wie beim letzten Mal. Ich seh's schon kommen. Och, ernsthaft. Ernsthaft. Ja. Weißt du, das ist für die KI jetzt schon wieder so scheiße, dass du das wieder gelegt hast, ne? Für mich jetzt so scheiße würde ich sagen. Für ihn erst, weißt du? Alter, ne, seh ich nicht. Ha, dafür nur zwei. So. Ja, mir egal. Hauptsache, du kriegst die Karten. Ist mir egal, wat? Toll, danke, dass ich nicht spielen darf. Alter. Gott. Juhu. Wir kommen bei Uno. Spaß für die ganze Familie. Und ich lege bei mir selber mal dazwischen. Sehr gut. So. So, ne, das ist relativ dumm, das zu machen. Aber das kann man machen. Richtig. Ja, immer rein damit. Ha. Reaktionszeit ist am Start, Jock. Alter. Och, die geht nicht. Äh, die hier geht aber los. Ja. Äh. Äh. Ja. Oh nein. Sehr gut. Ins eigene Bein geschossen. In Ernst? Ja, ich konnte nichts anderes legen. Dann ist das natürlich verständlich. Och, ernsthaft. Was ist denn los, ey? Ich werde nur gemobbt in dem Spiel heute. So, dann machen wir so. Wann, oh, man, du. Oh no. Oh no. Alter, fertig. Warten, Ringo hat uns einfach abgetrogen. Och, man, da müssen wir jetzt noch mal ne Runde hinterher holen, ey. Das ist belastend einfach nur. Och, fast im Level aufgestiegen. Yes, Level 20 ist am Start, Alter. So, war das jetzt zu richtig oder falsch? Ne, das war falsch. Nein, das war falsch. Ich hätte einfach warten. Ach, Gott. Weißt du, jetzt müssen wir wegen dir wieder ne neue Lobby aufmachen. Weißt du? Das drückt mich schon wieder auf. Sehr gut, Raufi. Ach, Gott. Warte, ich mach kurz neu. Na, ist jetzt echt schade. Ja, echt schade. Dann dauert die Folge halt noch länger. Hm, doof. Na ja. 20 Sekunden. Eine Partie erstellen. So. So, wohnen wir mal. Damit ihr jetzt richtig abgefuckt seid, nämlich das hier. Haha. So, wie geht das? So. Wie aus Annie und Bert. So. Zack, zack. Umschalttaste plus F2 muss ich drücken, okay. Ja, das ist auch komisch, naja. Einer, zwei, so. Wisst ihr, Freunde? Wenn ihr richtig abgefuckt seid, spielen wir das folgendes. Pass auf. Ihr werdet es gleich sehen. Haha. Oh, ich grebe es all. Alles klar. So, jetzt geht ab, Freunde. Hey, Schokohasen. Ah, nee, die gibt's hier nicht. Wow, spiel du nix mit. Wow. Blah. 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 Edelboah. Blah. 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 Das hat sich jetzt schon behindert. Ich bin zu faust. Ja, ich dreh erst mal. Du drehst den Döner? Nee. Ich dreh am Rad. Nee, das haben wir vorher getan. Das hier kann ich reden. Das hier kann ich reden. Das hier kann ich machen. Oh, was ist das? So, toll. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ach, nee. So Freunde, ich habe auch drei Karten, das ist gar nicht so optimal, na egal. Schade. Hätte er klappen können. Boah, ja, schade. Hey, noch eine 3, sehr gut. Nein, da muss man Uno drauf drücken. Haha, nicht Uno gesagt. Man muss ja extra knapp drücken. Voll der Arsch einfach. Oh Mann. Oh Mann, ey. Ja, boah, ein paar kannst du noch. Ein paar kannst du noch, würde ich sagen. Oh, sehr gut. So macht man das, Kollege. Ja, ja. Ganz ehrlich, nö, sehe ich nicht. Nö, sehe ich nicht. So verdient, Alter. Und kein Uno gesagt, der Sack. Dann krieg ich erst mal zwei drauf, ey. Sack, zack. So. Nochmal haltet auf Anfang. Und das ist jetzt belastend. Oh nein. Das ist jetzt richtig belastend. Oh nein. Ja, aber wenn du eine gehabt hättest, hättest du plus 10 geben können, ich plus 12. Ja, richtig. Dann jetzt machen wir es halt einfach so. Ja. Hab ich Glück gehabt. Ja. Da. Hast genug Ausleihen. Och nee, das ist grad nicht gut für meine Situation. Das ist grad nicht gut. Ey, ich hoffe, vorher von euch beiden hat keiner was. Du musst ziehen, Kollege. Verdammt. Oh, ich muss aussitzen. Ja. Oh, sehr gut. Ich auch. Oh. Oh, jawoll. Ja. Ha. Fertig. Wow. Ja. Ja, müssen wir noch eine Runde spielen. Nicht auf verlassen. Ganz wichtig. Ja. Aber jetzt müssen wir noch eine Runde spielen. Nicht auf verlassen, Brücken. Ich mach die Musik. Zwei. Eins. Let's go. Direkt eine extra Runde hinter ran. Boah, ich hab nur entspannende Musikhörter, das ist so geil einfach. Ich auch. So. So geile Barmusik vorher, denke ich. Oh, ich muss ziehen. Also ich hätte jetzt gerne ein paar Bahama-Mamas für deine Musik. Alter. Ich glaub, die Musik ist nicht bei allen gleich, deswegen. Ist halt grad ein bisschen blöd. Das hört sich interessant an. Ja, so. Kann man machen. Ja, kann man mal machen. Meine Abkürzung für kann man mal machen ist übrigens, kann man mal machen. Ja, ist richtig. Kann man mal machen. Sag, du darfst nochmal, übrigens. Oh geil. Bedeutung. Verdammt, der hat und nie gesagt. Verdammt. Oh nein. Oh nein. Oh, was ist denn da los? Oh nein. Ernsthaft. Er tauscht einfach mit mir, der sagt... Oh, Alter, noch ein Sieg. Wieso wird mir nicht mit ihm... Sehr gut. Weißt du, ich bin der Einzige, der nicht mitgespielt hat. Das muss ziehen. Ach, scheiße. Ja, kommt davon. Oh, Mann. Ja, ist auch schon wieder gut jetzt. Ja. Ja, ein bisschen mehr wäre noch gegangen, aber schade. Ganz ehrlich, ey. Oh, nervig. Oh, die kommen mir gerade gelegen. Na. Danke dafür. Jetzt zieht er erst mal. So. Oh, no. Bitte, KI. Tu's nicht. Ha. Weißt du, weil das Geile ist? Ich die auch. Richtig. Jetzt habe ich wieder drei Karten, ey. Das hat mir wieder null gebracht, ey. Oh, no. 500 mal Uhr. Das war echt richtig dumm jetzt. Ja, das war echt ziemlich dumm. Komm schon in meine Achtung. Oh, nein. Oh, nein. Was ist das? Das siehst du gleich. Äh. Die hier. Oh. Oh. Ich habe Druck. Oh. Alter, jetzt müssen wir noch eine Runde spielen. Wir lassen falsch mit euch. Und ganz wichtig, nicht auf Verlassen drucken. Oh, Medaillen aktualisiert. Ach, geil. Joa. Ich bin Level 1, hey. Level 1, hey. Ich bin Level 20,5. Level 3. Dry. Oh, jetzt geht weiter. Das ist geil. Danke. Dankeschön. Direkt der Nächste. Wir wissen, es ist wieder ein bisschen. Alter, leck mich doch an den Sack. Alter, ey. Bin ich ehrlich. Da sehe ich nicht einen. War, 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 war. Er sagte doch die ganze Zeit. Weißt du, dann setze ich von 500 mal aus. Und dann darf ich noch nicht mehr nachlegen. Alter. Ey, jetzt sei doch mal ruhig. Jetzt bin ich da am Arsch gerade, ey. Ey, ich darf auch legen, ey. Wir gehen da doch einmal. Sehr gut. Oh nein. Sehr gut. Das kommt alles zurück. Das kommt alles zurück. Oh, ich habe das nicht drauf geachtet. Ja, wir haben gleich viel Karten. Das ist gerade egal, würde ich sagen. Geil, danke schön. Danke schön. Sehr gut. Danke schön. Sehr aufmerksam von dir. Fickai. So, dann musst du mal was. Ja, der war jetzt voll gemein. Richtig. Ach, halt doch den Grund. Weißt du, du bist so schwierig. Hey, ich darf noch mal. Na komm, weil es so schön ist. Ja, toll. Schön. Freude. Friede, Freude. Kartenwechsel. Oh Mann, ey. Ja, ist ja gut. Und ich darf direkt mal ziehen. Sehr gut. Warte mal, vielleicht hast du jetzt was. Ja. Ja. Jawoll. Direkt nochmal einen hinterher. Sehr gut. Jetzt hast du wieder keine Karten. Alter. Und ich darf direkt mal ziehen. Sehr gut. Nicht gut. Hallo, ist ein bisschen schneller. Oh nein. Hey. So. Direkt mal einen hinterher. Sehr gut. Gemein. Zieht er nochmal. Bier. Fertig geht. Blah. Ich muss mir grün merken, Grünscheine gut zu sein für mich. Also. Ja. Oh, warte mal. Grünscheine anscheinend sehr gut zu sein. Ja. Guck mal, dann wünsche ich mir... Warum liegt da oben? Nimmst du nicht Klopapier in der Ecke? Kann mir dann mal einer sagen. Freude nicht um rechts auch. Ja, da auch. Und zweimal so hier, wie heißt das Ding? Die Pümpel. Pümpel. Pümpel? Ne, Pümpel. Pümpel. Pümpel, naja, kenn ich. Ich glaube, wenn das Klo nicht ist, dann nennen wir die Dinge. Ach, okay. Ich wollte gerade abdrücken. Oh, nächste. Oh. Oh, gut, danke. Och, ernsthaft, Mann. Was soll denn das? Weißt du, jetzt muss der wieder ziehen. Weißt du, das ist doch traurig für ihn, Mann. KI, was soll das eigentlich? Beschwerdigt mir bitte bei der KI. Bla. Schade, zieht erst mal. Bruno. Alles so konzentriert gerade. Ach, ernsthaft, Mann, was soll das denn? Wie lange denn jetzt noch geht es bis zum Ende der Runde? Das sieht aus, als müsste man drücken. Ja, fertig. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden das für heute mal. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Daumen hoch, mit Abo und Glocke ist bei jedem drin, der mit aufgenommen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme hier auf dem Kanal wieder, was auch immer ist. Bis dahin, macht es gut. Tschüss, tschüss.